Ich bin der Martin, ich komme aus Zürich, aus der Schweiz und ich bereiche über das Internet auf, also IP gestossen. In der Schweiz gibt es nicht so viel Ausbildung und für mich war das wirklich die Maßgeschneiderte, also wo ich die Tools gesehen habe, muss ich sagen, wow, das ist das, was ich lernen möchte. Die Methoden finde ich fantastisch, also ich habe selbst mit dem EFT schon gearbeitet, die bedeutete ich schon seit drei, vier Jahren, habe die aber jetzt wieder bei mir selbst angewendet und ich merke, was für eine Intensität und was für eine Wirkung die ich selbst habe, an einem selbst und ich denke, dass absolut bei den Kindern umso mehr sehr wirkungsvoll ist. Das ist super, das Stimmungsseminar ist genial, es macht Spaß. Ich denke, Daniel Schauspieler, er bringt das so super rüber, er macht das mit Metaphern, mit so einer Leichtigkeit, also man hat keine Minute, wo man einstellt. Es ist immer eine sehr unterhaltsame Lehrmethodik und man ist voll im Film dabei und lernt automatisch, man nimmt alles auf, was abgeht. Sensationell, die Leute sind alle sehr cool und gute Stimmen und es macht einfach nur Spaß. Er holt dich genau dort ab, wo du bist und er kann dir so viele Methodiken vermitteln, sehr effektiv, also hammer. Das ist was, was heute genügend gebraucht wird. Das ist absolute Zukunft, für mich absolute Zukunft. Die heutigen Toolmethoden greifen ja nicht mehr so aus. Ich weiß, dass die Kinder immer mehr Widersteiger gegen das alte Schulsystem haben. Ich denke, mit dieser Lehrmethodik, mit diesen Tools, können die Kinder wirklich effektiv leichter lernen. Wir sehen, wie viel Zeitung auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017